11 Minuten B-R-R B-R-R Willkommen zu 28. B-R-R-R Ja, heute live nochmal aus dem Blumenparadies Neubrunn-Schwulingen Was gibt's zu berichten? Wir haben die 2000 Mark geknackt, das finde ich übelst super von euch Leuten, dass ihr wirklich geguckt habt, wie die Weltmeister Ich muss nur nebenbei hier wieder checken, was da abgeht, weil ich bin ja wieder hier VIP, weißt du Ja, was gibt's heute zu erzählen? Ich bin, während diese Aufnahme hier schon läuft, so am 30.08.2012 Ihr fragt euch bestimmt immer, warum ist jetzt schon der 8.30? Das ist ein neuer Monat, das ist der Bergtober Der Bergtober Der 38.08.2012 Und ich bin heute den ganzen Tag in Frankfurt, deswegen jetzt schon die Bärshow, weißt du? Ich muss jetzt hier gucken Mit einem Smiley kann man so viel ausdrücken, ne? Lachender Smiley Ja, das stimmt, das stimmt Das stimmt, schreibe ich einfach mal an diesen netten Jungen aus meiner ehemaligen Klasse So, was gibt's zu großartig zu berichten? Was geht heute noch bei euch? Was geht denn heute noch bei mir? Meine Beine ins Bett Ja, ähm Was haben wir da? Wurst? Was? Achso, ja Ich hab Wurstwitze aufgeschrieben Extra für euch Zum Beispiel darunter Cyber Sausage The Future of Mad Wurst Ja, ähm Cyber Sausage 2 Die Next Generation of Evil Bloody Blutwurst Ja, ähm Pommes und Frittes Die Bullen im Revier Die gestiefelte Gelbwurst Das find ich auch schön Wurstbop Presskopf Ähm General Corned Beef Rotwürstchen und der böse Fleischwolf Ähm Ich bastle einen Schinkenspieker für die Schule James Bond Metzgerei Ach, Metzgerei Achso Hänschen klein ging allein in die Metzgerei hinein Scheibe Wurst gab's gratis Hänschen sie gleich frisst Der mit der Wurst tanzt Das könnte man auch falsch verstehen Ähm Ich hab Kopfweh Ich nicht übrigens Ich hab keinen Kopfweh Ich bin immer so dumm Ähm Ich schreib mal einfach Gute Besserung Gute Kann man das abkürzen GB Aber das Gästebuch Gute Besserung Ähm Wo war man stehen geblieben? Ach, der mit der Wurst tanzt Genau Ich hab die Teewurst gestrichen voll, ja Wenn man nicht Nase sagen will Nimmt man einfach die Teewurst Der kleine Hackebeter Den finde ich toll Der kleine Hackebeter, ja Ähm, ja Dreist Total Der kleine Hackebeter Aber sowas von Also, wo war man stehen? Der kleine Hackebeter Also, ich hab eine neue Bedeutung auch für AFK Ihr kennt ja AFK im Sinne von Away from Keyboard Ja, you weißt schon, was ich mein Ich meine es im Sinne von Auch Fleischkunde Ja, jeder kauft Fleisch Außer die Vegetarier Auch ich empfehle den Vegetariern auch Fleisch zu kaufen Ey, hört auf mich zu nerven, Leute Es blinkt überall Ich kann es euch mal zeigen Es blinkt überall Überall blinkt es hier Furchtbar Furcht und bar Furchtbär Furchtbär Ist es Furchtbär Wo ich, weiß gar nicht, wo ich nachschauen soll Da guck ich mal nach Ach, gut Kein Ding ist Ding hat weniger Buchstaben wie Thema Aber ich hab ja schon angefangen mit Thema Also Alec, jetzt hab ich's zweimal geschickt Och, Leute Ach ja Es war einmal ein Stück Mett Das war grob, gemein und fett Es ging in den Wald vielleicht 5 Meter Und traf dabei den kleinen Hackepeter Oh, Lecke Der kleine Hackepeter Ey, ich bin doch Voll am Schreiben Ach, bin wieder da WB Ganz vergessen Ach, leck mich doch Das ist doch alles zu Gott So, Leute Morgen Ist da 31 Ach, heute haben wir ja gestern Ach, egal Wir machen wieder Sport Jetzt ist es Wurscht Ähm Ja, da wäre ja nochmal dieses Bild gewesen Wo ich suche Jetzt ist es weg, ne Ich hab nämlich alle meine Daten umgespeichert Weil mein Ordner so voll wurde Und jetzt weiß ich nicht mehr, wo es ist Äh, ich geb einfach mal irgendwas an Nicht das Oh Da haben wir's doch Müsste irgendwo sein Äh Ich geb einfach mal ein Äh, weil ich hab eine neue Liga gesucht Und hab eine gefunden Die Kreisliga A Nämlich in Marburg, ja Dies hat die jetzt auch in sich hier Übrigens Hm, wir fangen ganz oben an Sobald ich diese Nachricht gelesen habe Deswegen, ich muss das hier nochmal aus dem Bild rutschen Am besten so Ja Ich hab heute mein Zimmer geputzt Das ist so schön In geputzten Zimmer zu sitzen Sagt der Hackepeter auch immer Der Hackepeter, der wird ab sofort so ne So ein Begleitperson sein Der wird überall vorkommen Egal was du machst Herbert und Hackepeter Vielleicht heißt der Herbert auch mit zweiten Namen Hackepeter Oder so, ich weiß es nicht Ähm Ich schreib toll Weil was willst du da drauf antworten Super, jetzt hab ich ein Smiley oben gemacht Und, ach egal Ähm Äh Achja, jetzt können wir anfangen gescheit Okay, wir fangen wieder super an Ich geh mal wieder ein bisschen zu Seiten Das ist Marburg wieder, wie immer Ihr kennt ja mein Spielchen hier Fangen wir oben an Oben, ich komm gar nicht hoch Dreihausen ist oben mal Auf Platz 1, ja Bauer Bauerbach 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 auf 2 Hier der FSV Schröck oder Schröck Schröck, weil da blinkt gerade dieses Ding drauf FV Kölbe Ellenhausen Rostdorf Kirchhain Wodertal Kaldem Hassen Billsen Okay, das ist kein Thema Momberg Kennt ihr Momberg noch? Aufsteiger Der letzten Saison Aus der B Ja, wisst ihr noch? Die Tabelle ist übrigens schon ein paar Tage alt Hatzbach Hatzbach TSV Speckswinkel Da schicken wir doch mal den SSV Hackepeter noch dazu, oder? SSV Hackepeter 0 12 Der SSV Mardorf Äh Ergsdorf Sterzhausen Am 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 Das ist die erste Mannschaft von Am Am Möhneburg Und Erfurtshausen Erfurtshausen War das jetzt Ironie? Äh, nein Ernst gemeint ich verstehe Leute, die mich als ironisch bezeichnen, es gibt wenige, die bezeichnen mich als erotisch, ich, aber ironisch ist toll was gibt es noch zu berichten, ich habe heute nicht so viel, ich habe gar nichts vorbereitet, wir haben 2000 Klicks das habe ich euch schon erzählt, habe mich schon bedankt habe ich schon ein Video hochgeladen, ja das war ich nicht der Erd oh, jetzt habe ich meinen Fuß an Kauen oh, erste Verletzung in der Bärschule lecker hat es mir getan ja ich habe versprochen über 10 Minuten zu machen, also entweder ich singe jetzt ein Lied ich singe ein Lied für euch, ne, das machen wir nicht oder ich lese nochmal irgendwas von der Wurst vor ich kann ja nicht immer von der Scheibe reden von der Scheibe Blutwurst oder so äh, NCD ach, was laber ich ich habe es doch richtig gesagt, aber ich habe es falsch geschrieben ich habe ZDN geschrieben zu danken, nix schön, oder? ich habe mir gestern übrigens eine CD gekauft von, ähm, den Black Eyed Piss äh, Pies ähm, ja ich bin es schon so gewohnt Piss zu sagen zu Black Eyed Pies weil ich Pies, Pies, Pies weißt du, ich spreche das immer so schnell aus weil ich einfach ich habe von den schwarzen Erbsen Kichererbsen schwarzäugigen Erbsen eine CD gekauft so ich hätte mir eine vom Hackelpeter kaufen sollen der ist toll und wieder meldet sich diese wunderschöne Seite namens Facebook ja, 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 ja heißt was anderes schreibe ich jetzt auch so ich würde ja jetzt schreiben ich habe gerade nur eine Hand frei aber zum Schreiben aber das kommt so blöd wenn du das schreibst ich habe nur ich habe nur ich schreibe es einfach eine Hand grad frei zum Tippen jetzt denkt die sich wahrscheinlich entweder er hockt auf dem Pott so wie dieser wunderschön verträumte junge Mann hier immer schön das Klopapier verwenden es ist ein Tipp für diese Welt es ist ein Tipp für die ganze Welt wie er mir gefällt ähm was haben wir denn da noch haben wir noch irgendwas interessantes zu berichten aber wir haben schon elf Minuten jetzt habe ich eigentlich schon die Zeit fertig äh die sind aber nicht echt ne also ich habe schon ich habe schon Besseres gesehen ähm was hat man da was guckst du denn du so der Kloster mich immer noch so blöd an egal äh falsche Seite verdammt 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 warum ich Tele äh bei einfach okay ach herrlich wie man so schön ausreden hat ja ich habe ich habe auch nur eine Hand frei weil ich ja hier dieses wunderschöne Mikrofon in der Hand halte es ist wunderschön das kannst du nicht leugnen das ist so ähm ich würde mal sagen da das ja jetzt hier nicht heute so lang geplant war ist es schon ziemlich lang und das es spontan ist eigentlich ich wollte eigentlich heute gar nichts machen und dann habe ich gedacht gibst du dir einen Ruck gibst du dir einen Ruck gibst du dir einen Ruck machst halt eine in dem Sinne sage ich offiziell im Namen von Erdbeer TV LP noch einmal Dankeschön für diese 2000er Klicks und verabschiede mich bis zur nächsten Bershow diese wird am wird die 29. Folge sein ja goodbye tschüss wir sehen uns